Das Dashboard ist das erste, was Sie sehen, wenn Sie MeisterTask öffnen. Es ist ein persönlicher Bereich, in dem Sie die wichtigsten, für Sie relevanten Informationen auf einen Blick sehen, angefangen bei Ihren aktiven Projekten. Dies sind entweder Projekte, die Sie selbst erstellt haben, oder Projekte, zu denen Sie eingeladen wurden. Um Struktur in diese Liste zu bringen, können Sie Projekte in Gruppen unterteilen und diese jederzeit ein- oder ausblenden. Beachten Sie, dass es sich hierbei um Ihre persönliche Ordnung handelt. Die Gruppen, die Sie anlegen, sind nur für Sie sichtbar, auch wenn Sie Teil eines Teams sind. Um eine Gruppe zu erstellen, klicken Sie zuerst auf das Plus und wählen Sie Neue Projektgruppe. Geben Sie Ihrer Gruppe einen Namen und klicken Sie dann auf Bestätigen. Jetzt können Sie Projekte dieser Gruppe hinzufügen, indem Sie sie einfach auf den Gruppennamen ziehen. Über das Projektmenü können Sie von Ihren aktiven Projekten zu Ihren Teamprojekten, archivierten Projekten und gelöschten Projekten wechseln. Wenn Sie ein Projekt fertiggestellt haben oder es einfach nicht mehr brauchen, ist der beste Schritt, es zu archivieren. Archivierte Projekte verbleiben für immer in Ihrem Account, sodass Sie sie jederzeit wiederherstellen können. Alternativ können Sie archivierte Projekte von hier aus auch löschen. Wenn ein Projekt gelöscht wird, haben Sie noch 30 Tage lang Zeit, es wieder aus dem Papierkorb zurückzuholen. Danach wird es unwiederbringlich entfernt. Die vierte und letzte Kategorie sind Teamprojekte. Hierbei handelt es sich um Projekte, zu denen Sie nicht persönlich eingeladen wurden. Stattdessen wurde das Projekt dem gesamten Business-Team zur Verfügung gestellt, sodass alle Teammitglieder das Projekt sehen können. Einem solchen Teamprojekt können Sie jederzeit selbstständig beitreten, um dann aktiv am Projekt mitzuarbeiten. Schauen wir uns kurz an, wie man normale sowie Teamprojekte erstellt. Um ein neues Projekt zu erstellen, klicken Sie auf das Plus und wählen Sie dann Neues Projekt. Das Einzige, was Sie in diesem Dialog wirklich angeben müssen, ist der Projektname. Wenn Sie sonst nichts tun, bleibt das Projekt privat und nur Sie selbst haben dazu Zugang. Wenn Sie jedoch möchten, dass andere Personen mit Ihnen an dem Projekt zusammenarbeiten können, haben Sie hier die Möglichkeit, Sie per E-Mail einzuladen. Als Business-Benutzer können Sie an dieser Stelle auch gleich verschiedene Rollen und Rechte an Ihre Projektmitglieder vergeben, um zu verhindern, dass diese ungewollte Änderungen am Projektaufbau oder den Aufgaben vornehmen. Standardmäßig sind Projekte nur für jene Personen sichtbar, die Sie aktiv dazu eingeladen haben. Wenn Sie nun jedoch alle Teammitglieder wählen, wird das Projekt zu einem Teamprojekt. Ich breche den Vorgang mal hier ab, denn es gibt noch viele weitere Funktionen auf dem Dashboard zu erkunden. Auf der rechten Seite finden Sie eine Liste aller neuen Benachrichtigungen von Ihren Kollegen. MeisterTask schickt Ihnen solche Benachrichtigungen immer, wenn jemand etwas an einer Aufgabe verändert, die für Sie relevant ist. Also zum Beispiel, wenn jemand Ihnen eine Aufgabe zugewiesen hat, jemand eine Aufgabe beschlossen hat, die Sie beobachten. Jemand einen Kommentar in einer Aufgabe hinterlassen hat, die Ihnen zugewiesen ist. Oder jemand sie persönlich in einem Kommentar erwähnt hat. Mit einem Klick auf das X können Sie eine Benachrichtigung als Gelesen markieren. Durch einen Klick auf die Benachrichtigung selbst öffnet sich der zugehörige Aufgabendialog, sodass Sie direkt auf die Nachricht reagieren können. Manchmal reicht hier schon ein schnelles Daumen hoch. Wenn Sie eine bereits gelesene Benachrichtigung zurückholen möchten, klicken Sie dazu auf Benachrichtigungen und dann auf Alle anzeigen. Neben den Benachrichtigungen finden Sie eine Liste aller Aufgaben aus allen Projekten, die Ihnen zugewiesen sind. Diese Liste kann schnell ziemlich lang werden, aber keine Sorge. Erstens können Sie die Aufgaben sortieren, zum Beispiel nach Projekt- oder Fälligkeitsdatum und zweitens können Sie sie filtern. Diese Filterkategorien habe ich selbst erstellt, und zwar in MeisterTasks Agenda. Mehr Infos zu diesem Feature finden Sie in unserem Agenda-Tutorial-Video. Für unsere Zwecke hier reicht es zu wissen, dass es diese Filter gibt und dass sie Ihnen dabei helfen, genau die Aufgaben anzuzeigen, die für Sie gerade wichtig sind. Oberhalb der Aufgabenliste können Sie zusätzlich eine persönliche Checkliste anzeigen. Diese ist für die verschiedenen kleinen To-Dos vorgesehen, die Sie sich tagsüber schnell notieren müssen. Es handelt sich dabei also nicht um echte Aufgaben, denn Sie sind auch nicht Teil eines Ihrer Projekte. Wenn Sie einen Eintrag in Ihrer Checkliste abhaken, verschwindet dieser nach kurzer Zeit von alleine. Sie können Checklisteneinträge jedoch in echte Aufgaben verwandeln, wenn nötig, und Sie einem Ihre Projekte anfügen. Das dritte und letzte Dashboard-Widget, das Sie einblenden können, ist die Zeiterfassung. In MeisterTask können Sie Ihre Arbeitsstunden direkt in Aufgaben erfassen und die erfassten Arbeitsstunden der letzten sieben Tage sehen Sie dann hier auf Ihrem Dashboard. Mit einem Klick können Sie die Zeitmessung hier auch wieder starten oder pausieren, sodass Sie die jeweiligen Aufgaben nicht extra finden und öffnen müssen, um daran weiterzuarbeiten. Übrigens, Sie können im Dashboard auch neue Aufgaben erstellen, ohne dazu vorher ein Projekt öffnen zu müssen. Klicken Sie dazu einfach auf das Plus hier oben, geben Sie Ihrer Aufgabe einen Namen und wählen Sie anschließend das Projekt und die Spalte, in die sie eingefügt werden soll. Sobald sich der Aufgabendialog öffnet, können Sie die Aufgabe zuweisen und, wenn nötig, weitere Informationen hinzufügen. Um das Dashboard Ihren persönlichen Bedürfnissen und Vorlieben anzupassen, können Sie nicht nur die verschiedenen Widgets ein- und ausblenden, sondern auch Ihren bevorzugten Hintergrund wählen. Pro und Business Nutzer können hier sogar eigene Bilder hochladen.